Psi-Begabte, Wahrsager. Sie haben deinen Großvater getötet und die ganze Familie verflucht, im Wasser zu sterben. Ja, aber... Auch dich, Rasputin. Und mich. Aber ich werde leben. Und weißt du warum? Weil ich immer noch ein Akrobat bin. Mal sehen, ob du einer bist. Und jetzt, Kleiner. Im Wasser sterben? Oder zeigst du mir, was du kannst? Okay. Ähm. Also eins muss man sagen... Oh, hier füllt sich gleich alles mit Rasser. Ras-Papa sieht verdammt cool aus. Ras-Putin! Aber das Geschreie hört nicht auf. Da ist das Wasser, Junge! Ja. Mein Gott, was bist du für ein Vater? Früher hast du gerne mit mir fangen gefehlt. Das ist eine tolle Erziehung, muss man ja sagen. Wenn du mehr Wert auf dein Akrobatik-Training gelegt und weniger Comics gelesen hättest... Nein, die kannst du wirklich nicht fangen. War ja nur ein Test. Hä? Der unterbricht sich selbst. Einmal in seiner Geistform und einmal so. Hast du gern mit mir fangen gespielt? Denk nach! Denk nach! Hilfe gefährlich? Früher hast du gerne mit mir fangen gespielt. Ras-Putin! Ras-Putin! Out, 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 oh Gott. Das wird knapp. Mein Gott. Aber er sieht auch so ein bisschen aus wie ein Pirat. Pirapro... Ach, verdammt. Ein Piraten-Akrobat. Pir-Akrobat. Ach! Ras-Putin! Nein! Und da hast du gerne mit mir fangen gespielt. Opfer flucht. Ganz gut, ganz gut! Okay, die, die er so... Wieso starte ich wieder mit so wenigen Leben? Aua. Aua. Okay, die, die er im hohen Bogen wirft, da kann ich drunter laufen. Aber so schnell kann ich gar nicht reagieren. So. So, rauf hier. Aber nett, wie das Feuer nur so partiell brennt und nicht einfach das ganze Ding im Grunde setzt. So. Achso, das war das Ende. Na gut. Gut, jetzt. Komm schon, junge! In diesen Seifenblasen sind Steaks drin. Na gut. Was? Warum, warum ist denn die... Nein, die kannst du wirklich nicht fangen? Warum ist denn jetzt der Ballon kaputt gegangen? Das wollte ich nicht. Ja, rauf hier in diese Fleischseifenblasen. Nein, die kannst du wirklich nicht fangen. War ja nur ein... Rasputin! Ja. Da kommt was! Auf hier. Ganz gut, ganz gut. Denk nach! Und los geht's! Was zum... Was soll ich das denn schaffen? Oder kann ich da irgendwo zwischenlanden? Rasputin! Ja, tu da doch... Wärst du schon längst früher? Nein, die kannst du wirklich nicht fangen. War ja nur ein Test. Denk nach! Rasputin! Ganz gut! Wie soll ich das denn machen? Schnell! Hierher! Bevor dich die kalte Klammerhand davon... Früher hast du gerne mit mir fangen gespielt. Rasputin! Das ist gut! Ich kann ja auch nirgendwo zwischenlanden. Da kommt was! Hier, Junge! Fang! Hilfe! Gefällig! Soll ich das denn locken? Und los geht's! Nein, die kannst du wirklich nicht fangen. War ja nur ein Test. So. Rasputin! Aua! Ganz gut! Ganz gut! Nein, jetzt wieder hier. Wenn der gleich wieder dasteht. Na, kommt was! Früher hast du gerne mit mir fangen gespielt. Und los geht's! Da waren die Bälle auch noch nicht in Brand gesetzt. Na, das kannst du wirklich nicht fangen. War ja nur ein Test. Alter. Ganz gut! Was soll denn der Kack? Ganz gut! Das ist echt mal ganz ohne Spaß. Was soll das? Ich kann mich doch auch nicht verteidigen. Nein, die kannst du wirklich nicht fangen. Rasputin! Oder kann ich... Hier, Junge! Nein, kann ich nicht. Und los geht's! Nein, geht nicht. Hilfe gefällig? Ganz gut! Ganz gut! Früher hast du gerne mit mir fangen gespielt. Ach so. So funktioniert das. Nun denn! Du warst immer der Langsame. Was geht's? Da kommt was! Aua! Und jetzt? Das Wasser runter? Hä? Rückwärts hochgleiten, ja? Ja, es ist gut hin. Okay, ich halte jetzt einfach nur die Rückwärts-Taste gedrückt. Hier ist das schräg. Die Nachtabahn. Na gut. Dad, ich hab's geschafft. Du hast geschummelt. Nein, das war die Akrobatik, die du mich gelehrt hast. Lüg mich nicht an, Betrüger. Ihr Kristallkugel-Leser betrügt immer. Du bist nicht mein Sohn. Was zum Henker? Oli, bist du in Ordnung? Wo ist dein Papa? Er ist da drüben, spricht mit deinem Dad. Was hat er gemacht? Oh oh. Nach dem werde ich aber bestrafen. Seinen Hosenboden strafen. Hahaha. Das ist ein Fall für die Super Nanny. So geht doch keine Erziehung. Ja. Alter. Nicht ertrinken erledigt. Jetzt gegen den Metzger kämpfen. Da kommt was! Ich glaub, das geht so. Oh nein. Oh nein. Du musst Papa dich schlachten. Oh. Toll, jetzt brennen seine Messer. Wie schön. Hier ist es. Hier, Junge, fang! Hisschen, Hisschen. Aua. Was soll das denn jetzt? Ich kann auch nicht mal... Ich hab noch nicht mal mehr Zeit, seinen Arm hochzuklettern. Rasputin! Geh ich die Decke laufen. Das ist einfach so. Nein. Das ist gut. Was kann ich denn noch machen? Rasputin! Nein, die kannst du wirklich nicht fangen. Ich tu dir doch nichts. Ah, ich weiß schon. Hier, Junge, fang! Hm, nein, doch nicht. Ich glaube, ich muss es hinkriegen, dass diese Kugeln vom Papa auf den Kopf des Metzgers fallen. Oh, jetzt kann ich nicht mehr den Schild einsetzen. Aber anscheinend hilft es auch nichts. Steck nach! Okay, Zeit für... Speck. Stop. Hä? Agent Krall. Okay, die flammenden Arme nicht hinauflaufen. Hm. Wirf doch ein paar Flammenkeulen mit Tillik. Ach, natürlich. Sonst gibt es Krall. Äh, Tillikinese ausrüsten. Äh, das gibt's auf... Geh. Das geht schon wieder. Such's. Aua! Mein Gott! Okay, ich sammle erst mal die Erfahrung, die Lebenskügelchen hier ein. Flucht, jetzt kamen sie. Flucht, jetzt kommt die... Hast du gerne mit mir fangen gespielt? Aua! Nein, nur kannst du wirklich nicht fangen. War ja nur ein Test. Diese blöden Spiele fällig! Jonglierkegel! Boom! da kommt was das putin also bleib doch mal alter doch irgendwie so jetzt ein paar leben einsammeln das viele leben war es jetzt nicht kein äschen sag mal bist du blind bist du den bekloppt guter mann der schlachter das war gerade ein lag so ein bisschen erholt kann mich nicht gut kann mich nicht festhalten weil ich eigentlich nur was das ist doch schön rasputin dein schädel ist offenbar so und durchdringlich wie im